Hallo und willkommen zurück zu Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Ich habe nicht viel Geld ausgegeben, ich habe mir nur eine Sache zu Essen gekauft, weil ich ja auch noch irgendwie mal ein bisschen kochen wollte. Ansonsten habe ich mir noch keine neuen Waffen gekauft, die sind relativ teuer und mir fehlt momentan auch das U-Material, um sie dann abzugraden. Die Waffen, die wir hier kaufen, können wir auch hier upgraden. Ich hätte Laura und Alisa gerne neue Waffen gegönnt, aber die für Laura kostet über 1000 und die für Alisa kostet 600 noch was. Das ist mir dann erstmal zu teuer, ich weiß noch nicht genau, was ich kaufen werde. Ich will hier vielleicht noch ein paar Lebensmittel mitnehmen und ich habe noch mit dieser Person hier gesprochen und die hat mir dann ein Buch gegeben, nämlich den zweiten Teil von, äh, von Dings, äh, wie heißt es noch, von der roten Mondrose oder irgendwie sowas. Genau, Red Moon Rose, davon das zweite Kapitel. Und das fand ich ein bisschen interessant, dass man das also nicht nur im Buchladen bekommt, sondern auch hier jetzt auf dem Marktplatz. Und dann dachte ich, mit dieser Reihe muss ja wohl irgendwas Besonderes sein. Und habe dann, äh, im Internet gesehen, dass wenn man diese Reihe komplett bekommt, oder, ich spoil nicht, sondern ich sage halt, es lohnt sich diese Reihe komplett zu bekommen. Und, ähm, da ich jetzt aber wirklich keine Lust habe, in dem ganzen Spiel jeden mehrfach anzusprechen und möglichst auch noch an jedem Tag anzusprechen. Es kann sein, dass eine Person einem heute das Kapitel noch nicht geben kann, das nächste, aber morgen schon. Äh, deshalb werde ich mir das dann angucken, wen ich da ansprechen muss, damit ich nicht so sinnlos mit allen Leuten reden muss, nur um dann am Schluss irgendwie meine Freude zu haben. So, äh, dann, ach genau, dann noch ganz kurz zu dem, ähm, äh, zu meinen Opments. Ich habe den Master Quartz noch mal gewechselt. Und zwar hat jetzt Rean dieses Scepter bekommen, was ja erst Elliot hatte. Das hat zwei Gründe. Erstmal habe ich gesehen, dass Elliot einfach zu wenig heilt. Der heilt dann noch so 450 Lebenspunkte mit den 25 Prozent mehr. Und so, da heilt er dann ja nochmal 120 bis 150 Punkte dazu. Das lohnt sich schon. Das brauchen wir auch, habe ich das Gefühl jedenfalls. Und ich habe auch das Gefühl, oder bzw. und dann ist es ja so, dass man auch angreifen muss und, ähm, ja, Schaden machen muss mit Kampfkünsten und mit Crafts. Nicht mit Kampfkünsten, mit, äh, mit normalen Angriffen und mit Crafts. Und, ähm, das macht Elliot zu wenig. Der heilt halt zwischendurch ab und zu mal oder macht dann mal Zauber und so. Und da ist Rean der, der wohl für mehr Septit sorgen wird. Und es ist gar nicht so ein riesiger Unterschied. Er hat vorher, äh, glaube ich, Force gehabt. Und wenn man da jetzt mal guckt, also Stärke verliert er 5 Punkte, 200 Hitpoints verliert er. Ähm, ein bisschen, ähm, und der Rest war eigentlich ziemlich egal, genau. Gewinnt ein bisschen Art, Art Attack. Gut, jetzt machen wir mal weiter. Wir haben ja noch eine Mission hier offen. Dazu müssen wir auf die östliche Seite von Seldrick. Seldick. Und, ähm, Darlene uns einem Dinosaurer gegenüberstellen. Ja, wenn ihr... Elliot meinte, wenn hier keine Monster wären, wäre das ein prima Naherholungsgebiet. Ich wollte es nur aufheben, bitte. Hallo? So, wieder. Killer-Eichhörnchen. Mh... Kann ich drei erwischen? Wahrscheinlich nicht, ne? Letztmal konnte ich drei erwischen. Ich bin jetzt ein bisschen anders. Ah, das geht so nicht. Ich kann das tun. Mh... Ach, Mensch. Wie ne Kombo hier. Da müssen wir jetzt einen erledigen, der gleich dran ist. Ich weiß nicht, ob er den schafft. Und der ist zu spät dran. Wir müssen jetzt riskieren, den hier zu erledigen. Ja, locker. Ach so, er war sogar mit kritisch dran. Hat sich jetzt gar nicht drauf geachtet. So, was hast du noch für CP oder Crafts? Hier, damit können wir auf jeden Fall anbalanzen. Und hier konnten wir heilen. Ich mach aber mal den. Was der nächste da dran ist. Den macht Rien gleich selber. Und den hier erledigen wir jetzt vielleicht mit Rien's Hilfe. Wenn wir den Link vorersetzen. Oder wir machen den Link mit Laura. Müsste eigentlich auch gehen. Ich muss ja nicht immer mit Rien linken. Na, ganz knapp wieder nicht. Aber du haust jetzt den mal weg. Und du gibst ihm jetzt den Rest. Oder es kann Elliot gleich machen. Du machst hier ihn. Den greif ich jetzt an. Ach so, nee. Das war nur der Link mit Laura. Alles klar. Das ist eine Chance. Ein Öffnung. Mein Rund. Kannst du eigentlich auch heilen? Hat ich dir ja was gegeben? Ich glaube, ja, ne? Markus, aktiviert. Genau. So, und du? Kannst auch heilen. Das ist ein Rund. Ich glaube, man muss schauen, wo ich hin muss. Da oben scheint wohl ein totes Ende zu sein. Was gehen wir da zuerst hin? Ach genau! Und ich habe mir noch einen Quarz eingerichtet, der heißt Detection, den hat Elliot bekommen. Und da sehe ich dann ungeöffnete Schatzkisten auf der Minimap und wie ich jetzt gerade sehen konnte eben auch auf der normalen Map. Das ist ganz praktisch und muss ich auch nicht so lange suchen. Oh, das war jetzt nicht so klug. Ich kann das tun! Oh, EP Heal. Das ist sehr gut. Dann mach doch nochmal einen Zauber. Ich nehme mal die Orbs, weil ich nicht weiß, ob die Heatwave, die den Boden, die eigentlich nur auf dem Boden ist, auch fliegende Gegner treffen kann. Und diese Viecher, die können unheimlich viel Schaden anrichten, die will ich jetzt weg haben. Also nicht jetzt sofort, aber bald. Ach, die fliegen jetzt ja wieder aus dem Bereich raus. Ich bin ja so dämlich. Ich glaube, ich muss uns jetzt ernsthaft buffen, wenn es überhaupt noch reicht. das ist ja furchtbar, was hier abgeht. Oder kann ich einen erledigen hier? Ja. Wir haben ja so viel Lebenspunkte auch nicht. Ich muss uns jetzt erstmal buffen. Das war dem wenigsten geblendet. So, und du musst jetzt... Ja, du musst jetzt Alisa heilen, oder? Wie wärst du denn dran? Da kommt noch ein Vieh vorher. Ich hoffe, es reicht. Ne, Poison Spray. Ich mach immer Poison Spray. Zum Glück aber nicht auf Alisa. Und ich frag mich, wann das Gift mal weg geht. Ach, da hat zwei Runden noch. Da unten steht es ja. Das ist ganz praktisch, dass da angezeigt ist. So. Jetzt brauchen wir einen Link. Haben wir. Und jetzt würde ich gern den erwischen, der hier als nächstes dran ist. Das wäre eher... Kriege ich den dann kaputt? Wahrscheinlich nicht. Aber wenigstens steht Laura dann nicht mehr bei allen anderen. Doch, wir kriegen ihn. Komm. Jawoll. Okay. Genau. Alle töten hier. Alle töten. Alle töten. Alle töten. Ähm. Und du bist jetzt wieder drei Runden vergiftet. Du hattest. Du hattest doch irgendwas... Du hattest... Konntest du nicht irgendwie jemanden wiedererwecken oder so? Nee. Mit einem Item oder so. Aber das... Wir müssen mal heilen. Ein bisschen. Und zwar Reen. Ich muss da mit dabei sein. Ja. Und danach kommt jetzt aber wieder Poison. Wo wir wahrscheinlich mehr Schaden bekommen. Als gerade geheilt wurde. Ja. Poison Spray. Gib mir alles. So. Was haben die Viecher jetzt hier noch? Also ich würde wenigstens diese Dragonfly da wegkriegen. Ja. Sehr geil. Ja. Jetzt Laura dran und diese komische Ratte da vor ihr ist ja gleich schon wieder dran. Die hat sehr hohe Geschwindigkeit. Das müssen wir heilen. Wir müssen uns alle... Ne, nicht uns alle. Alisa kriegt wieder nichts davon ab von der Heilung. Nee, das ist gar nicht so gut jetzt. Das Vieh muss dann weg. Ne, also müssen wir doch heilen. Und dann wird das schon passen. Jetzt ist Laura den Schritt gleich und dann wird das schon passen. Oder du kriegst den Crit. Das war der erste harte Kampf. Weil ich aber auch uns keinen Bonus verschafft habe am Anfang. Jetzt muss ich mich nur irgendwie um Elliot kümmern. Das ist die Frage, haben wir einen Gegenstand? Kann ich vielleicht irgendwas essen? Gift heilen. Feint. Sind wir jetzt Feint oder wir sind KO, ne? Mal gucken bei Elliot. Status. Das finde ich ein bisschen schade, dass ich jetzt hier den Status nicht sehen kann. Also beziehungsweise ob er jetzt KO ist oder einen anderen Zustand hat. Guck ich mal eben in den Regeln nach. Abnormal Status. Ja genau. Hitpoint zu 0 ist KO. Und was wäre dann das andere? Äh, Feint. Das ist dann vielleicht hier. Okay, das ist also sowas wie Gestunt. Jetzt muss ich schauen, ob es noch was zu essen gab, was diesen KO Zustand aufheben konnte. Dann würde ich das nämlich gerne essen. Und ich habe gerade ein Groundbait gefunden. Das ist was zum Angeln. Ein Köder. Kann ich hier angeln? Sieht aus wie so ein Teich. Ah, das ist ein Kornfeld. Ach so. Ja. Ich dachte, das wäre so von der Sonne, also das Wasser vergoldet. Dann gehe ich also nochmal in die Marktstadt zurück. Und ich meine, es gab da irgendwas zu essen, was auch KO heilen konnte. Und dann würde ich das nämlich mal eben zu mir nehmen. Dann haben wir direkt ein Rezept gelernt. Ich scheue mich ja immer davor, einfach Essen zu mir zu nehmen ohne Sinn. Ich schätze mal hier. Ich glaube, fertige Gerichte gab es nur hier. Und das ist auch immer toll, immer wenn man reinkommt, stellt sich die Bedienung in den Weg. Die erzählt aber nur Unsinn, sodass man hier nichts kaufen kann. So. Dann sagen wir mal... Achso, genau. Das war das Omelette. Das macht... Ich habe doch schon mal ein Omelette gekauft. Das macht das aber nicht dann, ne? Äh, nicht gekauft. Ich habe ein Omelette gekocht. Ne, das macht nur 600. Ähm. Okay, dann... Ich kaufe das mal. Warum rede ich jetzt mit ihr eigentlich? Hä? Sie hat mir ein paar Kekse gegeben und sie hat mir ein Rezept gegeben. Okay, ich muss vielleicht doch mal mit den Ladenbesitzern auch reden. Ähm. Wenn ich das mal vor가지 macht. Ich muss doch mal mit den Ladenbesitzern. Es ist ein Problem. Wie schön. Wie egal. Wunderbar. Wie cool. Wie cool. Wie cool. Wie cool. ist das jetzt hin? Habe ich nicht gerade ein Omelette gekauft? Was war das? Gift? Hey, ich habe doch gerade ein Soft and Fluffy Omelette Achso, ich muss dann sagen, wer es isst, ne? Oder hat Eldy das schon gegessen jetzt? Nein, Hitpoints ist null Also gut, ähm Ich werde es jetzt noch einmal kaufen und ich kann mir die 280 Mira ja nochmal ergrinden, die ich jetzt sinnlos ausgebe So, ich sage jetzt, ich möchte es einmal kaufen Ja Jetzt habe ich zwei davon Jetzt gehe ich auf Item Und es ist nicht da Ach, okay Okay Jetzt ist es da irgendwie Aber eben meine ich, war es nicht da So, und jetzt muss ich mal gucken ob ich so ein Omelette nochmal herstellen kann Zwei hier und dann irgendwo Rezepte So, was macht denn dieser süße Keks Gift heilen Jetzt machen wir mal Simple Omelette Da können wir doch aber was besseres machen Wenn ich das mit Elliot jetzt koche Okay, dann kommt da warme Eiersuppe raus Und wenn ich das mit Alisa koche Kommt ein Simple Omelette raus Wie kriege ich das Wie kriege ich denn mein anderes Omelette Hmm Ich werde es jetzt noch einmal auch mit Laura kochen Ich werde es jetzt noch einmal auch mit Laura kochen Okay, ein Solid Omelette Also das Dann kriege ich das gar nicht Was ich da gekauft habe Das kann ich Dafür habe ich dann wahrscheinlich gar nicht das Rezept Obwohl ich es jetzt gegessen habe Okay So soll es dann sein Können wir aber noch was anderes essen Dafür hatte ich jetzt den Kick schon Soll ich den Saft mal trinken Also seltsam Ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl Ein Rezept gelernt zu haben Mir wurde ja gesagt Ich muss die Sachen essen Um Rezepte zu lernen Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit Was zu essen Na auf jeden Fall kann ich mal Noch Zutaten kaufen Für heile Zeug Aber ich Was mich jetzt momentan Gerade ein bisschen stört Ist das Essen ja hier sehr teuer ist Ich muss dann 200 Bis 500 Für eine Mahlzeit ausgeben Und wenn das denn nur dafür da ist Dass ich mir 600 Hitpoints heile Dann ist mir das zu teuer Wenn ich dadurch ein Rezept lerne Dann wäre das eine super Sache Aber Jetzt traue ich mich gar nicht mehr So viel Geld auszugeben Um mir irgendwelchen Kram zu kaufen Also ich werde zumindest mal für die Sachen Die ich brauche Noch mal ein bisschen was nachkaufen Fünfmal Salz Fünfmal Eier Oder wie viel Eier habe ich noch? Auch keine mehr So dann brauche ich noch Honig Aber mit dir kann man auch noch mal reden Den ganzen Ladenbesitzern noch mal Einmal reden Ich bin ein bisschen verwirrt Merkt ihr gerade Ich muss auch ehrlich zugeben Mich interessiert überhaupt nicht Was die Ladenbesitzer hier zu sagen haben So und du hast Honig Nehme ich auch mal fünf mit Noch wieder ein bisschen was hier Eintauschen kann So und jetzt muss ich noch mal Nach den Rezepten gucken Was ich sonst noch brauche Nee da war ich schon richtig Also ich brauche noch Hearty Powder Und eigentlich noch mehr Eier Schaue ich mal ob ich Hearty Powder Finden kann bei ihm hier Ach genau das hier habe ich auch noch gekauft Das war auch wieder so eine Geschichte Also einfach was man so lesen kann Bringt irgendwie Jetzt keine Spielvorteile oder so Ich habe es aber auch noch nicht durchgelesen Ich habe es noch mal kurz überflogen Muss ich zugeben Du hattest ja hier die Eier und so was Nein ich talk Das hat er gar nicht hier Egal ich nehme jetzt noch mal drei Eier mit Oder vier Und dann muss ich einfach mal ein bisschen noch mehr kämpfen Um diese Geldausgaben wieder rein zu kriegen Alles ein bisschen seltsam Gab es hier sonst noch irgendwo was Wo ich was hätte kaufen können In der Factory gibt es nichts mit Nahrungsmitteln Da hinten War ich War ich da Ach ja Ich meine dieser Laden hier rechts Ah genau der hatte solche Sachen Dann nehme ich mir auch noch einen davon mit Dass ich das zumindest mal einmal heilen kann Gegengift hätte ich auch noch da gehabt Okay Gut dann machen wir mal weiter da in dem Gebiet Und eigentlich müsste ich Alisa noch was zu essen geben Oder ich müsste sie direkt am Anfang heilen Das mache ich auch so Ich werde sie gleich heilen Ich muss den nächsten Gegner nur einfach überraschen Kisten habe ich gehabt Lass mich einfach mal in Ruhe bitte Und hier sind noch zwei Monster Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Wir hatten eine ziemlich weite Aggressionsreichweite Und ist schnell auf den Beinen unterwegs Das ging gerade nochmal gut Aber ich hätte mich nicht überrascht Aber Oh ein Tomaten ist dabei Die werden Die verwirren dann wieder Jetzt muss die Tomate weg So und jetzt machen wir Trotzdem mal eine Art Alisa ist jetzt vor den Wölfen dran Das heißt die haben keine Chance Sich da aus dem Gebiet weg zu bewegen So und du heilst mal Sehr schön Ja Bitte mit Blenden Ja Sehr schön Trotzdem getroffen Und der nicht geblendete Verfehlt Verfehlt Und der nicht geblendete Verfehlt 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 Okay, das lief ja mal wieder ganz vernünftig. Jetzt habe ich aber keinen Bock auf Stress und mache deshalb hier mal einen S-Break. Die haben aber nur zwei trifft, schade. Nehmen wir die beiden hinteren. Behold, mein most powerful Stranger! Radiant Blade Dance! Here we go! There! So, du müsstest eigentlich Rheane heilen oder du könntest hier einen erledigen. Das schaffst du aber nicht, ne? Aber mit Alisa zusammen schaffst du das. Yes! Right! Fire! Go! Go! An opening! Your swordsmanship gets better with every battle. Then I've got a way to go to get to your level. So, mal schauen, was das in der Kiste ist. Proxy Puppet. Irgendwas zum Ausrüsten. Okay, kann einmaliges K.O. verhindern. Trotzdem vielleicht nicht so schlicht. Ich geb dir das mal. Du gehst ja selten K.O. und wenn, dann ist es halt unangenehm. Dann nimmt kein Heiler mehr da. Das ist jedenfalls der beste Heiler ist dann weg. Okay, da ist das Farmgebäude. Da kriegen wir unseren Auftrag. Und hier wieder so ein Angstgegner. Ja, nur drei Leute. Ja, nur drei Leute. Komm, wir sind so oft dran, du musst jetzt hier Schaden machen. Ah, ich weiß nicht. Schaffst du den? Ich hoffe mal. Ja. Dann macht Alisa nämlich den etwas schwächeren. So. 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 So, so. Das muss die Farm sein, die die Anfrage ausgestellt hat, das Monster zu erledigen. Sollen wir denn mal reingehen und nach den weiteren Details fragen? Ja, das können wir gut tun. Auf jeden Fall besser als einfach blindlings herumzutapsen, bis wir das Monster mal zufällig treffen. Dem stimme ich nur zu. Wir sind hier, also können wir uns jetzt genauso gut vorstellen und ein freundliches Verhältnis zu den Bewohnern hier aufbauen. Okay, sein Opa ist drin. Wow, dieses Farmhaus ist großartig. Oh, schau die Kühe. Und sie hat gar keine Freude am Bauern-Dasein und ärgert sich, dass sie in diese Familie hineingeboren wurde. Na gut. So, Opa. Hallo, bist du eventuell Syro? Wir sind hier, um uns um das Monster zu kümmern. Und da brauchen wir noch ein paar weitere Informationen. Ach, seid ihr das? Ja, dann bin ich der Mann, nach dem ihr sucht. Ich wusste ja, dass sich Studenten drum kümmern würden, aber ich hätte nicht gedacht, dass ihr auch junge Damen in eurer Begleitung habt. Und ihr seid auch jünger, als ich erwartet hatte. Vielleicht ist diese Anfrage doch noch zu gefährlich für euch. Danke für deine Sorge. Aber es gibt keinen Grund für diese Sorge. Wir sind alle Kampferfahren. Ja, tatsächlich. Dies alles dient als Teil unseres Trainings. Also erlaubt uns bitte, eure Anfrage zu erfüllen. Ja, wenn ihr darauf besteht. Also wenn ihr jetzt hier weiter geht, dann kommt ihr auf so eine Anhöhe. Und da taucht das Monster in der Regel auf. Es ist mit Sicherheit ein furchteinflößendes. Also es ist unmöglich, das Gebiet zu durchqueren. Denn das Monster greift alles an, was es sieht. Seid besonders vorsichtig, wenn ihr euch nähert. Okay. Also es ist wohl keine Option, sorglos damit umzugehen. Ja, in der Tat. Wir müssen gründlich vorbereitet sein. Dann erlaubt uns dorthin zu gehen, sobald unsere Vorbereitungen abgeschlossen sind. Ja, wir geben dem Vieh alles, was wir haben. Also zeigen dem alles, was wir haben. Warum muss ich jetzt nochmal mit dem reden? Erstmal muss ich gucken, von Seiten der Vorbereitung. Also Hitpoints sind ganz gut. Jetzt werde ich nicht vorher noch Waffen kaufen. Aber ich muss das Vieh jetzt erstmal finden und besiegen und dann nochmal zu dem Typen zurück, oder? Genau, ich muss jetzt hier wahrscheinlich auf dem Highway noch weitergehen. Mal schauen. Kisten hatte ich alle. Angeln. Immer wenn ich Wasser höre, zuckt schon meine Angel in der Tasche. Nee. Okay, da sind noch viele Kisten und da ist dann das Monster. Und das ist in der Nähe der Bahnlinie. Und das ist in der Nähe der Bahnlinie. Jetzt ist unsere Chance. Hier wir gehen. Nee, das lohnt sich nicht. Die Tür, das ist in der Nähe der Bahnlinie. Aber ich will nicht. Jetzt durchführen. Ich muss das. Das muss ich nicht. Ich will. Hier geht's! Okay, es ist sicher für heute. Hp1, das heißt wir haben dann mehr Hitpoints. Jetzt muss ich nochmal nach den Opments gucken. Die könnte ich eventuell noch erweitern. Wie viele Hitpoints würde es denn bringen? 500, das ist schon eine Hausnummer. Bevor wir gegen das Monster vorgehen, werde ich dann nochmal die Orbs ein bisschen erweitern. Jetzt gucken wir erstmal wo es hier hingeht. Ah, hier geht es jetzt nach Barrier Heart. Und dass es außerhalb unseres Bereich ist. Also eben Kisten mitnehmen und dann ein bisschen aufrüsten. Jetzt ist unsere Chance! Wir können das machen! Hier geht's! Ich kann das machen! Ich kann das! Fier! Meine turn! Jetzt! Jetzt! Gah! Hm! Hex! Alright, jetzt gehen wir! Den nehme ich auf den Rückweg mit dem Wolf. Hat mich jetzt schon gesehen. Hhhhh! Ist das ein Schadenpast? Ja, das ist eine Schatzkiste. Okay, ein neuer Quarz. Das ist ganz interessant. Wie viel kostet der denn? Steht da nicht, was der Skill dann kostet. Hm, dann lass erst mal. Und hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht weiter. Da geht es dann Richtung Garelia-Festung. Gut, vor dem dicken Kampf mache ich jetzt meine Ops noch mal eben. Achso, den wollte ich ja angreifen. Ich bin so doof, ey. Ich hätte jetzt einfach geradeaus weiterlaufen sollen. Und dann, wo er mich schon gesehen hat. Und dann einfach in Ruhe. Ganz in Ruhe hätte ich den angreifen sollen. Jetzt können wir es mal eben rummachen. Wir sind auch recht schnell. Ich will jetzt aber auch nicht die ganzen EP verschwenden. Machen wir mal einen Link mit Laura. Jawohl. Jawohl. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich habe eine Chance! An Öffnung! Your swordsmanship gets better with every battle. And I've got a way to go to get to your level. Oh, ich mache das jetzt ohne die Orbs. Ich will jetzt auch nicht den ganzen Weg da hin und her laufen. Ich werde einfach vorher abspeichern, dann mache ich das viel glatt. Hoffe ich mal. Muss ich vielleicht noch Rhin vorher heilen? Oder muss ich die Sachen im Kampf essen? Das kann natürlich auch sein. Aber warum muss man sie im Kampf essen, damit man das Rezept lernt? Das wäre auch unlogisch. Das hier, das brauche ich auch nicht. Nein komm, ich gehe jetzt einfach so da rein. Ah, sieht schon nett aus. Ein bisschen Bowser mäßig. Ich gehe jetzt nicht weiter. Das ist eine Chance! Ich habe jetzt die und zufrieden. Ich baue mich mit dem Feuer. Aber ich werde es nicht so gut kommen. Ich werde es nicht so gut kommen. Ich verstehe die Gute. Ich werde es wirklich gut. Ist das das Monster, nach dem wir suchen? Okay, wir können es nicht überraschen. Ja, das muss es jedenfalls sein. Sieht ziemlich heftig aus. Was sollen wir machen? Wir haben doch wohl keine Wahl, oder? Wir müssen es umlegen. Es macht schließlich den Farmern Probleme. Also den Bauern. Prüft nochmal eure Ausrüstung. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Verstanden. Alles klar. Ja, aber... Vielleicht könnte ich jetzt noch... irgendwelche EP-Tränke zumindest zu mir nehmen. So, und das müsste jetzt passen. Wir können das nicht überraschen, ne? Ja, sieht stark aus. Erstmal motivieren wir uns. Okay, ich wollte uns den Kopf abreißen. Die Heilung möchte ich jetzt nicht. Ich nehme hier den. So, das hat bestimmt auch einen Flächenschaden später. Aber jetzt machen wir erstmal hier eine Heatwave. Was hat das eigentlich für... Was hat das eigentlich für... Was hat das denn sagen? Gegen Wasser ist es empfindlich. Wasser habe ich jetzt aber gerade nicht zur Hand. Und du hast Wasser. Du musst aber erstmal hier uns heilen. Los, brenne! Okay, Verteidigung runter. Oh, der ist jetzt... auf so einem kritischen Feld. Da müssen wir gleich noch was gegen tun. Ich weiß auch schon wie. So, zum Beispiel. So, und jetzt kannst du nämlich schön kritisch zuschlagen. Nimmst Laura noch als Linken mit. Das ist jetzt auch wieder kritisch. Ja, das fand ich sehr nett von ihm, dass der Flächenschaden uns wenigstens durcheinander gewürfelt hat. Das ist ja nicht, dass er nicht alle von uns jetzt gleich wieder treffen kann. So, jetzt müssen wir... Ach nee, wir regenerieren ja noch ein bisschen. Das ist alles okay. Das heißt, du machst auch Aquabrid. Das heißt, du machst auch Aquabrid. So, jetzt könntest du eigentlich auch wieder eine Art machen. Und immer blenden. Und immer blenden. Und immer blenden. Ich habe für die Iris Stenten gar nicht nachgeguckt, ob der gegen Blindheit empfindlich ist oder so, aber scheint er ja zu sein. Und jetzt wird es gleich ganz unangenehm, wie es aussieht. Was machen wir denn dagegen? Erstmal sicherstellen, dass alle gut geheilt sind, das ist der Fall. Können wir den einschläfern? Warte mal. Gegen Sleep ist er nicht so empfindlich, gegen Einfrieren wäre er empfindlich. Ne, komm, dann mach lieber deine Aqua-Welle, habe ich fast gesagt. Dann kriegen wir nämlich Tod, bevor er dran ist. Bevor er seinen Selbstzerstörungsmechanismus da durch hat. Und du machst auch nochmal Aqua-Blead. So, und dann hat er noch unter 1000 Hit-Points jetzt. Ich hoffe, er hat unter 500. Ja. Dann nochmal linken. Achso, warte. Dann machen wir jetzt einen S-Break. Was haben wir denn denn? Gibt uns vielleicht noch einen Overkill-Bonus wahrscheinlich. Shield 2. Shield wird, glaube ich, Art-Defense. Ja, damit wird er dann auch erledigt. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber wir haben gesiegt. Es wäre weitaus schwieriger gewesen, wenn wir unsere Kampflings nicht gehabt hätten. Das ist wohl wahr, Alisa. Ich gebe es ja ungern zu, aber das Arkus hat jede Menge Potenzial. Du willst es nicht zugeben? Warum? Ach, egal. Wir sollten den Bauern an der Farm aber sagen, dass wir uns um das Monster gekümmert haben. Oh ja, klar. Ja, hoffentlich sind sie zufrieden. Stimmt irgendwas nicht, Laura? Nein, es ist gar nichts. Gehen wir. Okay. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Was will Laura denn? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Haben wir eigentlich sonst noch Sachen zum Ausrüsten. So werden wir allerlei gefunden. Kostüme und sowas. Nein. Ne, gut. Gehen wir zur Farm zurück. Erstatten Bericht. Und es war ja gar nicht nötig, da uns noch die Ops zu verbessern. Und auch die Tränke, die ich eingenommen habe, wären eigentlich nicht nötig gewesen. Aber ansonsten hätte ich sie am Ende des Spiels immer noch gehabt. Insofern ist kein Schaden entstanden. Ich nehme das Vieh hier noch mit. Und ein bisschen den Schaden auszugleichen, den ich finanziell hatte. Was so die Lebensmittel angeht. Da kommen wir auf jeden Fall die Schlangen, Viecher. Dreckszeug. Und Link habe ich nicht genug. Ach, Laura. Hätte ich mir auch helfen können. So, jetzt muss ich mal gucken, ob die Art reicht. Ja, sie wäre noch rechtzeitig dran. Das heißt, die wird dann hier mal erledigen. Und Laura nimmt dann die andere. Achso, keine CP mehr. Logisch. Ich hoffe, das ist neu. Mein turn. das heißt wir haben dann gar keinen schaden an den mittelkampf erhalten und die linkerfahrung die wir da bekommen die drei punkte die sind glaube ich dann immer mit wem wir zuletzt verbunden waren weil ich ja war am anfang des kampus ja glaube ich mit laura verbunden und jetzt am schluss mit alisa oder so kann das sein nicht bad ja 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 Mal sehen, was wir von den Bauern als Geschenk bekommen. Ich sag ja, das ist irgendwas, was sie auf ihrem Hof haben. Also irgendwie Lebensmittel oder so. Oder vielleicht ein Rezept, ein Kuchen. Komm, dich nehme ich auch noch mit. Einfach aus Rache. Weil ich mit euch so Schwierigkeiten hatte. Ja, komm. Oh, daneben. Natürlich. Komm jetzt aber. My turn! An opening! Right! I can do this! Go! Okay, it's safe for now. Und wenn man so sieht, was wir jetzt so an Bonuspunkten bekommen für ein Level Up, also die ganzen Archibutswerte plus 5, das macht also schon jede Menge aus. Mehr als wenn wir so ein Orb da einsetzen, der, okay, so ein Orb, der bringt ja vielleicht 10 Stärke oder so. Das heißt, mit zwei Leveln haben wir das dann aber auch rausgeholt. So, liebe Bauersleute. Oh, ich schätze, ihr habt euch um das Monster gekümmert. Ja, das stimmt. Danke, lieber Gott. Ich danke euch so sehr. Nun könnt ihr endlich, nun können wir endlich wieder ernten. Ich muss es sofort die Familie wissen lassen. Gern geschehen. Ich war überrascht, wie nahe dieses Gebiet doch an Keldik ist. Hätte sich nicht die Provinzarmee besser drum kümmern können? Ja, zugegebenerweise ist es ziemlich nah, aber dieses Gebiet hier, und sowieso ganz Keldik auch, liegt ja komplett in den Randgebieten der Kreuzenprovinz. Und deshalb hat die Armee der Provinz auch wenig Interesse, uns zu Hilfe zu kommen. Ja, das ist wirklich nicht schwer zu glauben, wenn man bedenkt, wie die sich auch vorhin benommen haben. Hm, das kommt wirklich nicht gut bei mir an. Ja, ich sollte vielleicht nicht mehr sagen in dieser Angelegenheit. Wir können ja mit Jusis nochmal drüber sprechen. Ähm, aber ich schulde euch ja noch eine Belohnung für das Ganze. Nehmt das hier. Haaa, 10 Eier. Und ich habe gerade Eier gekauft. Naja, egal, die werden ja nicht schlecht. Und 10, äh, nicht etwa Strawberries, also Erdbeeren, sondern Sternenbeeren. Oder gibt es Sternfrucht, heißt das auf Englisch? Starberry? Wahrscheinlich nicht. Und Honig noch. Und Salz. Das ist super großzügig. Dürfen wir das alles haben? Warum? Natürlich. Wir haben noch genug davon. Und nach all eurer Hilfe ist es das Mindeste, was ich für euch tun kann. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ah, das sieht großartig aus. Danke. Ah, man kann es gar nicht frischer bekommen als dieses hier. Ähm, ich freue mich schon drauf, mich da rein zu stürzen. Ich bin richtig ein bisschen neidisch, dass ihr jeden Tag die Gelegenheit habt, so leckeres Essen zu essen. Ja, das sind die Vorzüge, wenn man Bauer ist. Unglücklicherweise gibt es nicht nur Vorzüge. In letzter Zeit wurde das Leben viel härter. Vor allen Dingen, weil heutzutage so viele Produkte so billig importiert werden. Ach, das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, dank der transkontinentalen Eisenbahn und der internationalen Flüge ist es viel leichter Waren zu importieren. Und, ähm, es ist jetzt auch für viele Produkte legal geworden, sie zu importieren. Das war ja früher nicht so. Und das liegt an der steigenden Bevölkerungszahl. Ja, jetzt wo du es sagst, mir ist auch aufgefallen, dass Kochzutaten in letzter Zeit billiger wurden. Aber entschuldigt mich, ich sollte eure Zeit nicht mit meinem Rumgejammere verschwenden. Aber ihr habt auf jeden Fall meinen heutigen Dank. Jetzt kann ich mich ohne Sorgen ans Ernten machen. Auch wir müssen dir danken. Wir haben eine Menge dabei gelernt, diese Anfrage auszuführen. Sprich uns ruhig wieder an, wenn nochmal andere Probleme auftauchen. Okay. Ja, der hat jetzt keine Angst mehr nachts auf die Toilette zu gehen, jetzt wo das Monster weg ist. Damit haben wir alle Pflichtaufgaben dann wohl erledigt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin total im Arsch. Oh, das geht mir genauso. Ähm, ich reise ja nicht oft über Land. Aber euch Typen beiden geht es ja wohl noch ganz gut. Och, ich komme ja selbst vom Land. Ich bin das hier so gewohnt. Und mit dem ganzen Training, was Laura so macht, ist das ja auch nur eine Kleinigkeit für sie. In der Tat, ich finde die Intensität unserer Übungen ziemlich problemlos zu meistern. Allerdings... Was denn? Nein, es ist gar nichts. Wir sollten uns zur Herberge zurückziehen. Ja, genau, gehen wir zurück. Ich schätze, Ausbilderin Sarah ist immer noch dort. Wir können ihr Bericht erstatten und dann noch ein bisschen mehr ausfragen. Wegen des Grundes hinter dieser ganzen Feldstudien. Ja, wenn die nicht wieder total betrunken ist. Ja, das wäre auf jeden Fall gut zu wissen. Sie hat uns noch nichts erzählt, was morgen geschehen soll. Ja stimmt, wir haben ja zwei Tage Zeit und wir haben die ganze Quest jetzt schon am ersten Tag erledigt. Okay, dann gehen wir mal zurück. So, müssen wir lang. Geradeaus und dann rechts. Eigentlich will das Vieh nochmal eben umlegen, sorry. Ich habe noch nicht gesehen, wir haben noch CP wieder frei. So, sie hat 100 CP. Aber jetzt macht sie erstmal normalen Angriff und dann... Danach kann sie das einsetzen. So, mal gucken. Ach ne, das würde ja wieder 25 CP kosten. Normal angreifen. So, und jetzt machen wir hier mal... Zwischendurch, was? Zwischendurch, was? Behold, mein most powerful strike! Radiant Blade Down! I can do this! Right! Das ist das. Let's keep moving! Diese Sachen sind auch jedes Mal wieder da. Die könnte man auch... ... theoretisch grinden. Und angeln kann man hier nicht, ne? So, das ist glaube ich links. Das sind wir dann auch in der Stadt zurück. Ähm... Was ist denn da los am Marktplatz? Warum sind die ganzen Leute da? Irgendwie eine Aufruhr da. Was geht denn da los? Irgendwas passiert da auf dem ganzen Marktplatz. Was? Ja, da scheint irgendwie jemand zu streiten. Ich frage mich, was da los ist. Sollen wir mal nachsehen? Ja, lass uns mal hingehen. Okay, und was da jetzt tolles auf dem Marktplatz los ist, das findet dann Platz in der nächsten Folge. Also, wir sehen uns morgen. Tschüss! Ausatmen Scherz Vielen Dank.